Wer darauf gehofft hat, dass die US-Arbeitsmarktdaten den Markt den richtigen Impuls nach oben geben, um endlich durchzustarten, um endlich zu sagen, jetzt komm, jetzt ist auch gut, jetzt lass mal hier durchstarten wieder, der ist wohl eher enttäuscht worden. Zumindest mal die erste Reaktion. Die nächsten stehen ja noch aus, aber die erste Reaktion war ziemlich deutlich und das klar nach unten gerichtet. Wirklich überraschend ist es nicht wirklich. Warum nicht? Naja, die Marktteilnehmer haben ja im Vorfeld schon angedeutet, dass sie ehrlich gesagt nicht so viel Zutrauen haben. Die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, lässt vermuten, dass eine schlechte Nachricht sehr negativ ist, eine durchschnittliche Nachricht eher negativ ist, nur eine sehr gute Nachricht den Kurs nach oben dann doch noch ausbrechen lässt. Das ist natürlich immer möglich, aber wir sehen, dass der Entscheidungsraum durch die Vorgeschichte wahrscheinlich eher eingeschränkt ist auf dem bullischen Bild, sondern eher vermuten lässt. Also wenn es nicht eine gute Überraschung ist, kann es nur eine negative sein und eben die Fortsetzung noch mal nach unten. Also wir sehen die Stimmung, die sich hier vorher durch die korrektive Aufwärtsbewegung ja schon angedeutet hat, dass jetzt hier im 4-Stunden-Scheit, ich mache es noch mal groß, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, an welcher Stelle das ist. Also das Tief, was wir hier hatten, das ist vom 4. Oktober gewesen, noch nicht so arg lang her morgens. Ihr erinnert euch, wir haben es ja häufiger mal durchgesprochen, dieses Szenario, gestern ja auch schon, dass es eigentlich korrektiv hier nach oben aussieht und nicht die beste Chance eben bietet für massiv und dynamisch noch mal aufwärts. Also insofern hat sich das Ganze wohl bewahrheitet. Aktuell sieht es dann heraus, als ob die Marktteilnehmer hier das schon angedeutet hatten, schon erwartet hatten in irgendeiner Form, also kein hohes Zutrauen hatten, was die Aufwärtsbewegung angeht und die Arbeitsmarktdaten haben ihr Übriges getan. Wir können ja mal kurz drauf gucken, was ist eigentlich veröffentlicht worden. Freitagnachmittag, erster Freitagnachmittag im Monat, ist immer ein Klassiker, die Non-Farm-Payrolls, beziehungsweise die eigentlichen monatlichen Arbeitsdaten. Fangen wir mit den Non-Farm an, die waren mit 336.000 höher als erwartet, 170 waren erwartet und höher als zuvor, 227.000. Also insofern die schon mal gestiegen. Was interessant ist, ist sicherlich auch, sind die Hourly Earnings im Jahresvergleich sogar ein Rückgang leicht und im Monatsvergleich, naja, so geblieben wie im Vormonat. Man hatte gehofft oder gehofft, weiß ich nicht, aber erwartet, dass es ein bisschen steigt. Das Ganze ist natürlich im Rahmen der Inflation so eine Sache, wenn die Hourly Earnings nicht steigen, die Inflation ja aber noch da ist, dann heißt das, dass die Kaufkraft eher zurückgeht. Naja, gut, ich will es nicht überinterpretieren. Wir sind hier charttechnisch im Moment unterwegs. Trotz alledem der kurze Blick hier drauf, weil ich weiß, dass viele das interessiert. Die Arbeitslosenquote ist nicht zurückgegangen, wie erwartet wurde, auf 3,7, sondern unverändert bei 3,8 geblieben im September. Also von der Seite aus auch nicht so richtig viele Informationen. Unverändert die Average Weekly Hours, also die Wochenstunden, die gearbeitet werden, unverändert eben, was das angeht. So, hier, ihr kennt, dieses Format ist nicht dafür gedacht, fundamental das jetzt auszuwerten. Was bedeutet das? Wir haben ja schon am Anfang der Woche über den Yen-Mechanismus darüber überlegt, dass wir unter Umständen sowieso mehrmals um die Ecke denken müssen. Denn selbst wenn die Notenbank hier was Tolles macht, kann das bedeuten, dass das ein anderes Bauwerk, nämlich die Liquidität aus Japan, die der Markt hat, eventuell sogar noch zerstört. Wir wollen jetzt hier das gar nicht überbewerten. Macht ihr das mal, beziehungsweise wir werden das hier an anderer Stelle sicherlich dann nochmal tun. Wieder aufgreifen, können ja nochmal gucken, was es damit auf sich hat. Wir gucken wieder zurück auf den Chart und sehen aktuell, naja, wie eben angedeutet, es war im Vorfeld, man sieht das hier im Fünf-Minuten-Chart, sehr, sehr klar, dass das keine Ambition ist für Bullish. Also vor den Arbeitsmarktdaten sah das so aus. Schaut es euch an. Wenn ihr sowas seht, dann ist auf jeden Fall der Verdacht da, dass das, was wir hier als Bewegung haben, nicht die Hauptrichtung ist, sondern dass es nochmal nach unten geht. So, das ist jetzt tatsächlich passiert. Es gab eine schnelle Gegenbewegung, die hat fast alles wieder wettgemacht. Das ist vielleicht nochmal so der Hoffnungsschimmer, dass die Leute sich halt nur erschreckt haben, weil sie eh schon schlechte Stimmung hatten. Ja, also schlechte Stimmung war im Prinzip das hier. Und weil sie schlechte Stimmung hatten, haben sie sich erschreckt nach unten, haben gesagt, ist das denn wirklich so schlimm? Und haben das schnell wieder wettgemacht. Also eine gewisse Chance, dass man es vielleicht nochmal versuchen will, ist da. Ich finde den Rücksetzer zwar sehr niedrig, aber gucken wir nochmal. Wir sind sehr steil nach oben gelaufen. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind anschließend hier mehr oder weniger korrektiv runter. Wir sind allerdings ein bisschen zu tief runter für meinen Geschmack. Ich persönlich mag es nicht. Das ist immer mein Killer, wenn wir die 78,6er durchstoßen. Das haben wir getan. Und damit ist für mich dieser Handel hier nicht mehr so realistisch. Also er ist möglich, immer noch nicht von der Hand zu weisen, so das geht nicht. Das wäre völlig falsch. Aber statistisch ist es weniger wahrscheinlich. Je tiefer es geht hier runter in der Korrektur, desto weniger typisch ist, dass das hier als nächstes noch passiert. Also so ähnlich wie das da hinten nochmal. Es ist nicht unmöglich. Aber wenn wir diese Marke durchstoßen, dann liegen wir schon deutlich unter 10% Wahrscheinlichkeit. Und deshalb sage ich, naja, wenn die Wahrscheinlichkeit schon nicht so hoch ist, ich weiß es nicht. Ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Bin da noch nicht so super glücklich mit, zufrieden bin. Und dementsprechend denke ich mal, das bullische Bild, naja, also da muss man schon ein bisschen Liebe mitbringen. Vielleicht für die ganz kurzfristigen unter euch, falls der Kurs heute Nachmittag nochmal sowas macht, dann nochmal ein Zwischenlong. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich zoome nochmal ein bisschen raus. Das Ganze ist in einem sehr, sehr düsteren Aufwärtsumfeld, was den Dow zumindest mal angeht. Ja, gucken wir mal, was die anderen Kollegen so machen. Der S&P 500, der war ja auch nicht wirklich viel besser. Ihr erinnert euch, wir haben gestern schon angedeutet, dass diese Rücksetzer schon kritisch sind. Ja, wir hatten hier immerhin so ein bisschen die Liebäugelung, könnte das korrektiv sein, dann diese Geschichte hier und nochmal die Anwartschaft hierfür nach oben. Also wer jetzt zumindest den hinteren Teil, der hat vielleicht hier versucht, long zu gehen. Aber ich sage mal so, in diesem Gesamtumfeld dieser Bewegung, die ja nun doch auch nicht wirklich toll aussah, entweder hier rausgestoppt, das ist also der späteste Punkt, rausgestoppt zu werden, oder dann, wenn der Kurs sich halt entfernt, dass man sagt, naja gut, ich ziehe zumindest mal so halbwegs auf dem Einstieg nach, damit ich da aus dem Risiko draußen bin. Na gut, also ihr seht, auch hier gab es eine scharfe Abwärtsbewegung. Hier ist allerdings die Gegenwehr noch gar nicht so groß, deshalb hier vielleicht auch nochmal ein anderes Gedankenmodell, nämlich dass wir hier ja eigentlich, das habe ich noch zu doof gezeichnet, das müssen wir nochmal besser hinkriegen, also das, hier war Pause, das, hier war Pause, das, vielleicht kriegen wir hier jetzt ja tatsächlich auch sowas hier und damit eine neue Chance nochmal für einen Short runter, also dass wir die Abwärtsbewegung, die wir hier vorne haben, da hinten sogar nochmal bekommen und damit ja dieses Tief auch nochmal rausnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ überzeugt davon, dass das, was wir im Moment gesehen haben, noch nicht der Stein der Weisen für die Bullen ist. Wenn wir diese entsprechenden Marken, was ich hier jetzt mal so eingezeichnet habe, durchstoßen, wenn ihr euch jetzt wünscht, sagt doch mal konkret, die Marke 4.255 ist meine Zeichnung, aber da muss er ja vorher nochmal einmal hoch, damit wir hier dreiwellig sind und hier zählt der Short ja erst, nicht dann hier schon versuchen. Das ist jetzt im Moment noch gar nicht so der Short für die Minutenfreunde. Ich gehe mal kurz auf Minute, nur dass ihr mal seht, wie das auf unterschiedlichen Zeitebenen aussieht, ist zumindest dieser Teil hier ja zumindest nochmal ein Versuch wert für das bullische Bild. Also dass wir hier irgendwie das jetzt hier nochmal erwarten, würde mich gar nicht so sehr stören, ehrlich gesagt. Aber dafür müsste er die Zwischenhochs oder wenn er nochmal tiefer geht, das Zwischenhoch hier rausnehmen und nicht mehr unter die 78,6er Marke gehen, aus meiner Sicht, denn dann ist wieder die Wahrscheinlichkeit geringer. Also solange das unterhalb, nein Entschuldigung, oberhalb bleibt, wären Trigger dieser Art dann entsprechende Long-Möglichkeiten mit Erwartungshaltung, dass dieser Chart hier nochmal in diese Richtung entsprechend weitergeht. Und da seht ihr schon, dieser Einstieg hier ist unter Umständen vom CRV nicht so wirklich gut. Und wie gesagt, in einem Umfeld, wo ich die Befürchtung habe, dass wir spätestens hier oben irgendwo drehen und dann doch nochmal einmal die tiefere Seite ansteuern. Aber das werden wir dann sehen. Also eine gewisse Chance, dass wir hier im Kurzfristigen nochmal irgendwie was mit der Long-Seite vielleicht machen können, heute Nachmittag. Die ist schon da. Haltet das mal im Hinterkopf. Aber zieht den Stop nach. Ihr müsst damit rechnen, dass der Kurs dann früher oder später kippt und dieses etwas übergeordnete im Vier-Stunden-Chart, dieses bärische Bild, Entschuldigung, nochmal aufgreift und eben dieses Tief nochmal rausnimmt. Und dann wird es sehr schnell gefährlich. Ich habe es mehrmals angedeutet. Wir sollten diese Zwischenhochs hier von Dezember letzten Jahres und Februar diesen Jahres eigentlich idealerweise nicht mehr durchstoßen. Das wäre kein sehr gutes Zeichen. 4200 ist also eine relativ offensichtliche Marke. Die sollte der Markt nicht mehr wirklich angreifen, wenn es ein bullisches Bild bleiben sollte. Tut er das, wären wir überschneidend. Und dann ist dieses Bild hier doch relativ realistisch. Also da müssen wir mit der Seite auf jeden Fall rechnen. Ja, und beim Nasdaq? Der Nasdaq ist ja eigentlich immer noch so halbwegs mein Liebling, was die Aufwärtsseite angeht. Denn wenn ich das große Bild nochmal so im Hinterkopf habe, das sieht doch ganz gut aus hier. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, aber wenn der Nasdaq steigt, werden die anderen nicht fallen. Das ist durchaus möglich. Aber wenn die anderen massiv fallen, wird möglicherweise der Nasdaq nicht dagegen ankommen können. Wir werden es sehen. Wer von denen sich durchsetzt, weiß ich noch nicht. Also ich habe noch nicht alles verloren für den Bullenmarkt. Zumindest nicht für den Nasdaq. Und wie gesagt, solange wir über 4200 bleiben, auch noch nicht für den S&P 500. Also insofern, eine Restchance ist noch da. Aber der Markt muss es wirklich auch nutzen. Gehen wir mal hier wieder auf 5-Minuten-Chart und gucken uns hier das nochmal an. Das ist hier im 4-Stunden-Chart. Und da seht ihr, da sind wir auch ganz schön tief runtergekommen. Bis fast aus diesem Ausgangspunkt. Und jetzt wieder. Wir hatten einen relativ starken Anstieg. Das war das Tief vom 4. Oktober morgens 9 Uhr. Könnte man sagen, ist doch ein 3-Wäller. Richtig. Aber haltet im Hinterkopf. Ich mag ja völlig falsch liegen. Aber haltet im Hinterkopf, dass ein Bruch dieser Marke dieses Szenario statistisch nicht mehr sehr typisch macht. Nicht unmöglich, aber nicht sehr typisch. Also bitte jetzt nicht pauschal sagen, muss gut gehen, kann gar nicht anders. Ja, der gefällt mir besser. Ja, der sieht im Moment dreiwellig aus. Aber rechnet damit, dass das nicht das Favorisierte ist. Vielleicht ergibt sich das ähnlich dann hier im 5-Minuten-Chart, wenn er jetzt hier tatsächlich das macht heute noch im Laufe des Tages, dass man da sagt, komm, so ein Zwischenlong-Rüdiger, das geht doch noch. Ja, sehe ich dann auch so. Wenn das korrektiv ist, dann sehe ich, dass diese erste Aufwärtsreaktion nach dem, das hier ist die Arbeitsmarktdaten, das waren die hier. Und dass diese Reaktion, die wir als Gegenpol hatten, wenn die jetzt hier korrektiv runtergeht, irgendwie, dass man das vielleicht noch mal nutzen kann, das kann ich mir schon vorstellen. Und wer dann mutig genug ist, bleibt halt drin, zieht einen Stopp adäquat nach und hofft dann, dass wir dann eben noch diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Aber zieht dann auch wirklich den Stopp nach. Es ist sehr fragil, was wir hier haben. Es ist alles andere als ein ganz klarer Bullenmarkt, den wir hier sehen. Na gut, also, die Hoffnung noch nicht gänzlich verloren, aber nicht so toll das Bild. Beim Nasdaq mit Abstand das Beste. Das ist aber schon die ganze Zeit so. Insofern spielen die Nasdaqianer hier quasi das richtige Spiel. Zumindest das hoffnungsvollste Spiel. Das passt alles gut zusammen. Also man kann wirklich sagen, dass der Markt hier fair ist. Viele sagen ja immer, ja, das ist immer so eine unfaire Geschichte. Dann wird man da dauernd, ich zitiere, verarscht irgendwie von dem Markt. Finde ich gar nicht mal so sehr. Also man sieht schon, dass hier das Verhalten ein besseres ist als bei allen anderen. Aber mir macht da Sorgen, dass eben der breite Markt und auch der Dow, der ja nicht ganz unwichtig ist, eben nun einfach überhaupt nicht in Quark kommt, sondern so negativ aussieht. Wie sieht es dann beim DAX aus? Naja, auch nicht viel besser. Wenn wir uns das mal angucken, hier diese Aufwärtsbewegung, man hat jetzt nicht den Eindruck, ah, super. Nicht so richtig. Nicht mit diesen starken Rücksetzer. Auch hier wieder so die Hoffnung, naja, aber wenn das jetzt wenigstens korrektiv wird. Aber das muss er auch erst mal machen. Wehe, der geht jetzt hier noch tiefer, denn ist auch dieses positive Bild erst mal völlig obsolet und gar kein Thema mehr. Also auch der DAX, er gefällt mir sowieso nicht mehr. Nachdem wir hier durch sind, hat er eigentlich die Schleuse nach unten aufgemacht. Ich mag ja völlig falsch liegen, aber eigentlich diese Box ist die nächste. Und die fängt halt bei 14.400 an. Und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen. 14.500 oder 400, was ist das? 60 in etwa, das Tief, was wir im März hatten. Ja, das müssten wir eigentlich schon noch mal sehen. Ist nicht sehr beliebt, aber es ist halt das, was typisch ist, aus charttechnischer Sicht. Und dementsprechend sollte man das zumindest im Hinterkopf halten. Zusammengefasst, insgesamt sieht es nicht so doll aus. Auch die heutigen Arbeitsmarktdaten haben nicht gezeigt, dass die Marktteilnehmer sowieso super Stimmung haben und eigentlich nur darauf warten, massiv in den Markt einzusteigen. Den Eindruck hat man aktuell nicht. Die Befürchtung ist, dass es noch weiter runter geht. Hoffnungsanker ist nach wie vor der Nasdaq. Der einzige Index, der ganz klar, naja, ganz klar, aber deutlich positiver ist als die anderen. Der S&P steht im Moment so an der Kippe. Noch hat er nicht ins Negative gekippt, aber viel Platz ist da nicht mehr da. Und dementsprechend haltet genau ein Augenmerk drauf, wenn ihr sehr bullisch seid. Wenn ihr sagt, ach komm, ihr ewigen Negativredner hier, ich bin bullisch. Ja, kann man ja eine Position eröffnen. Rechnet aber damit, dass sie ausgestoppt wird. Spielt dann das Szenario Trefferquote nicht sehr hoch. Wenn ihr aber gewinnt, habt ihr, weil ihr jetzt relativ eng stoppen könnt bei der Geschichte, habt ihr ein recht gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ist das ein guter Ansatz? Das ist grundsätzlich kein schlechter, aber ihr müsst eben damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeiten nicht sehr groß sind, sondern dass ihr über das sehr gute Chance-Risiko-Verhältnis beim S&P beispielsweise jetzt entsprechend spielt. Beim Dauf finde ich das Bild nicht gut genug, um irgendwie was da in der Richtung zu machen. Also dieses Spiel würde ich vielleicht beim Nasdaq, vielleicht auch noch beim S&P machen, aber bei den anderen nicht. Wer eher bärisch ist, nachvollziehbar, vielleicht noch nicht alles auf die bärische Karte setzen, zumindest Positionen eher aufbauen. Immer wenn ihr solche Bewegungen seht, hier dieser Art, hat man eher den Verdacht, dass solche Zwischentiefs dazu einladen, dass wir noch mal tiefer gehen, also, dass man da vielleicht nach Korrekturen immer wieder mal einsteigen kann auf der Short-Seite. Also ihr seht, zerrissenes Bild, macht das Beste draus, euch ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle und ganz liebe Grüße.